So, jetzt bin ich gerade unterbrochen worden, aber ich war eh schon am Ende des Videos. Jetzt machen wir eben zwei Teile, einen langen und einen ganz kurzen. Ich werde in den nächsten Tagen ein Video drehen zu dem Thema Familiensystem und dir nochmal erklären, warum sich denn dein Partner so und so verhält und was du tun kannst, um deiner eigenen Familiengeschichte nachzugehen und um für dich auch herauszufinden, wie du tickst und warum du so tickst. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich für das Interesse an dem Video hier. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Klarheit bringen über das, was da zwischen euch geschieht. Das hat dir ein bisschen geholfen. Und du darfst mir sehr, sehr gerne ein Like dalassen. Gerne darfst du auch meinen Kanal abonnieren, dass du immer informiert bist, wenn ein neues Video von mir kommt, sodass du das nicht irgendwann zufällig erfährst. Wie gesagt, meine Videos werden jetzt aufeinander aufbauen, sodass du wirklich auch nochmal einen anderen Blick auf die ganze Situation werfen kannst. Gerade wenn du momentan eine schwierige Situation hast. Ja, vielen Dank. Gib mir gerne ein Like, einen Daumen hoch oder abonniere den Kanal und wir sehen uns die Tage dann wieder. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. Dein Pamela Urbach.